2021 13 Jahre alt wurde. Ein wunderschönes junges Mädchen voller Lebensfreude mit großen Träumen und Plänen für die Zukunft. Doch ihren 14. Geburtstag sollte Tristan nie erleben. Denn vier Monate später, im Mai 2021, wird sie tot aufgefunden. In einem Waldstück ganz in der Nähe ihres Elternhauses. Wer hat Tristan ermordet und warum? Tristan Bailey lebt im Frühjahr 2021 in Jacksonville, einer Stadt im Nordosten des US-Bundesstaates Florida. Sie ist das Nesthäkchen der Familie und somit das jüngste Kind ihrer Eltern Stacy und Forrest Bailey. Außerdem hat sie noch vier Geschwister, drei ältere Schwestern, Sophia, Alexis und Brittany und auch einen älteren Bruder Tegan. Die Großfamilie Bailey, vor allem auch die Geschwister untereinander, halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und das Verhältnis der Kinder zu den Eltern Stacy und Forrest war sehr eng und vertrauensvoll. Von Freunden und Bekannten wurden die Baileys daher oftmals als die Bailey Seven bezeichnet. So ganz nach dem Motto, legt euch mit einem von uns an, dann legt ihr euch direkt auch gleich mit allen anderen an. Denn wir sind eine Familie und wir halten zusammen und stehen zueinander. Und genau diesen Eindruck haben die Baileys auch auf die Außenwelt gemacht. Eine sehr intakte Familie, die immer füreinander da ist, die aber auch sehr offen gegenüber anderen ist. Was sie vor allen Dingen auch in ihrer kleinen Stadt in Jacksonville, Sam Jones und auch in ihrer Kirchengemeinde sehr beliebt macht. Aber allgemein waren die Baileys eine Familie, die in der Community sehr gut eingebettet gewesen ist und mit denen man sich auch gerne umgab. Tristan Bailey ist im Frühjahr 2021 13 Jahre alt. Ein typischer Teenager. Sie besucht die Highschool, hat viele Freunde und ist sportlich aktiv. Seit kurzer Zeit ist sie im Cheerleading-Team ihrer Schule und darauf wahnsinnig stolz. Sie verpasst kein Training und verwendet all ihre Energie auf diesen Sport, der ihr unheimlich wichtig ist und den sie sehr liebt. Nur wenige Wochen vor ihrem Tod gewann sie gemeinsam mit ihrem Team ein Wettbewerb, für den sie lange und intensiv trainiert hat. Dafür übte sie monatelang immer wieder dieselben Figuren und auch zu Hause sprach sie über nichts anderes als über diesen Wettkampf, den sie unbedingt gewinnen wollte. Und genau so kam es ja dann auch. Ich finde, dass man Tristan Bailey auf all den vielen Fotos, die es von ihr gibt, gerade wenn es auch wieder ums Cheerleading geht, die Freude und auch der Spaß, den sie daran hatte, einfach ansieht. Sie hat auf jedem Bild ein breites Lächeln im Gesicht und ich finde, man merkt einfach diese Lust und diese Leidenschaft, die sie offensichtlich dafür hatte. Aber Tristan war auch in ihrem Alltag sehr humorvoll, witzig, offen und kommunikativ. Und sie war vor allen Dingen auch sehr willensstark. Was mich jetzt nicht weiter verwundert, denn bei drei älteren Schwestern und einem älteren Bruder, da muss man sich als jüngstes Mitglied der Familie schon sehr früh durchsetzen und das hat Tristan wohl auch gut gemacht. Aber Tristan stand auch sehr gerne im Mittelpunkt und war leidenschaftlich, wenn es um das Erreichen ihrer Ziele ging. Ihre Mutter hat später einmal gesagt, dass sie auch oftmals emotional werden konnte, wenn sie sich ein Ziel gesteckt hat, das sie dann nicht sofort immer gleich erreicht hat. Was allerdings sehr selten vorkam, denn Tristan hat immer 100 Prozent gegeben, wenn sie sich etwas vorgenommen hat. Was ich persönlich sehr bemerkenswert finde, wenn man darüber nachdenkt, dass sie ja erst 13 Jahre alt gewesen ist. Man kann sich sehr gut vorstellen, was später einmal für ein außergewöhnlicher Mensch aus ihr geworden wäre. Auch in der Schule läuft es sehr gut für die 13-Jährige. Sie besucht die siebte Klasse der Patriot Oaks Academy in St. Jones, zu diesem Zeitpunkt eine der besten fünf Schulen im ganzen Staat, schreibt gute Noten und spricht auch jetzt schon immer wieder einmal davon, später auf jeden Fall aufs College gehen zu wollen. Doch am meisten freut sich Tristan auf den Sommer 2021, auf die Ferien, auf die Pläne mit ihren Freunden und mit ihrer Familie. Doch zu all dem sollte es nicht mehr kommen. Und das, obwohl dieses erste Wochenende im Mai 2021 für Tristan Bailey nicht anders beginnt, als die vielen anderen Wochenenden zuvor. Am Freitag, den 7. Mai 2021, kommt sie mittags von der Schule nach Hause. Sie ist etwas, macht ihre Hausaufgaben, doch am frühen Nachmittag zieht sie sich noch einmal um. Denn Tristan hat für diesen Freitagnachmittag noch Pläne. Gemeinsam mit einigen Mitgliedern aus ihrem Cheerleading-Team und anderen Mitschülern und Mitschülerin trifft sie sich am späten Nachmittag in einem großen Freizeitzenter ihrer Heimatstadt St. Jones. Das Durbin Crossing North Facility Center ist ein beliebtes Freizeitzentrum gerade bei jungen Leuten, denn es hat einiges zu bieten. So auch an diesem Freitagnachmittag, den 7. Mai. Dort findet nämlich ein Food Truck Friday statt. Eine Veranstaltung, die vor allen Dingen eben bei jungen Schülerinnen und Schülern sehr beliebt ist. Tristan hat jede Menge Spaß und laut ihren Eltern kommt sie dann gegen 20 Uhr zurück nach Hause. Es war vereinbart, dass sie von einem Elternteil einer ihrer Mitschülerinnen mit nach Hause genommen wird. An diesem Freitagabend passiert dann nichts Außergewöhnliches mehr im Hause Bailey. Man ist noch gemeinsam zu Abend, tauscht sich über den Tag aus und auch der nächste Tag, also der Samstag, der 8. Mai, verläuft für Tristan relativ normal. Sie macht ein wenig Sport und trainiert, ist gemeinsam mit ihrer Familie zum Mittag, ist viel an ihrem Handy, chattet mit Freunden, setzt sich auch noch am späten Nachmittag ein bisschen an ihren Laptop und ansonsten passiert auch bis zum Abend hin nichts Außergewöhnliches. Bis sich dann an diesem Samstagabend ihre Eltern, Stacey und Forrest, von ihr und auch ihren Geschwistern verabschieden. Denn die beiden sind bei ihrer ältesten Tochter Brittany, die nicht mehr zu Hause wohnt, zum Essen eingeladen. Gegen 19 Uhr verlassen die beiden das Haus. Nicht ahnend, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie ihre jüngste Tochter sehen. Einige Stunden später. Es ist kurz vor Mitternacht an diesem Samstagabend, als Tristans ältere Schwester Sophia Bailey von einer Verabredung nach Hause kommt. Sie betritt das Haus und geht sofort hinauf in den ersten Stock. Auf dem Weg zu ihrem Zimmer muss sie auch am Zimmer ihrer kleinen Schwester Tristan vorbeigehen und sie möchte einfach nur wissen, ob alles in Ordnung ist, weswegen sie an die Türe klopft. Tristan ist in ihrem Zimmer und sitzt an ihrem Schreibtisch. Der Laptop ist aufgeklappt und offensichtlich, so hat Sophia später berichtet, hat sie mit irgendjemandem geskypt, also einen Videochat gemacht. Sophia hat gesagt, sie konnte die Person, mit der Tristan dort gesprochen hat, nicht wirklich erkennen, denn ihre Schwester saß ja vorm Laptop. Aber sie konnte so ein bisschen vorbeisehen und einen Jungen erkennen. Allerdings nicht wirklich sein Gesicht, denn er hatte ein Baseballcap so ein bisschen ins Gesicht gezogen, hat ein weißes T-Shirt getragen. Also sie hat wohl da offensichtlich mit jemandem geskypt, aber Sophia konnte die Person im Nachhinein nicht genau beschreiben. Tristan allerdings wirkte etwas aufgekratzt, aber relativ normal. Sophia ist nichts Außergewöhnliches aufgefallen, außer, dass es ihr etwas seltsam vorkam, dass Tristan, obwohl es ja schon kurz vor Mitternacht war, immer noch angezogen gewesen ist. Normalerweise war sie um diese Uhrzeit meist schon im Bett oder zumindest hatte sie ihren Schlafanzug schon an, aber sie war noch komplett angezogen. Doch da sie normal gewirkt hat, hat sich Sophia nichts weiter gedacht und hat ihrer Schwester noch gute Nacht gesagt, bevor sie dann in ihr Zimmer ging und dann auch bald eingeschlafen ist. Als ungefähr eine weitere Stunde später Stacey und Forrest Bailey vom Essen von ihrer Tochter Britney zurück nach Hause kommen, ist im Haus alles ruhig. Weswegen sie dann auch bald ins Bett gehen. Der nächste Morgen. Es ist Sonntag, der 9. Mai 2021. Und anlässlich des Muttertags hat Familie Bailey schon viele Wochen zuvor vereinbart, dass sich alle gemeinsam an diesem Sonntagmorgen im Haus zum großen gemeinsamen Frühstück treffen. Um 9.30 Uhr wird das ganze Haus dann auch so langsam wach und die Familienmitglieder treffen sich unten in der Küche, wo Vater Forrest Bailey gerade dabei ist, das Frühstück schon vorzubereiten. Nach kurzer Zeit fällt allerdings schon auf, dass Tristan wohl offensichtlich noch nicht wach ist, weswegen ihre Schwester Sophia, die sie ja tags zuvor um kurz vor Mitternacht noch in ihrem Zimmer hat sitzen sehen, jetzt hinauf geht, um ihre Schwester aufzuwecken. Tristan war als Langschläferin bekannt, weswegen sich zunächst einmal niemand gewundert hat, warum sie nicht gleich die erste unten in der Küche gewesen ist. Sophia geht also nach oben, klopft an die Tür, doch Tristan öffnet nicht. Und als Sophia dann ins Zimmer hineingeht, der Schock. Nicht nur ist Tristan nicht in ihrem Zimmer, sondern sie hat wohl offensichtlich auch nicht zu Hause geschlafen, denn ihr Bett sieht unberührt aus. Sophia läuft sofort nach unten in die Küche und informiert ihre Geschwister und ihre Eltern darüber, dass Tristan nicht in ihrem Zimmer ist und dass ihr Bett so aussieht, als hätte sie heute Nacht nicht darin geschlafen. Sofort beginnt die Familie, das Haus von oben bis unten abzusuchen. Auch die Garage, der Garten und das Grundstück wird durchsucht, doch Tristan ist nicht da. Ihr Vater Forrest setzt sich in sein Auto und fährt die Nachbarschaft ab. Er fragt Leute, die er auf der Straße sieht und die natürlich alle kennen, ob irgendjemand Tristan gesehen hat, doch niemand hat sie gesehen und auch er selbst kann sie nirgendwo entdecken. Als er zehn Minuten später wieder zurück nach Hause kommt, trifft er deut auf seine panische Frau Stacy, die inzwischen mehrfach versucht hat, ihre jüngste Tochter auf dem Handy anzurufen, das nicht im Haus ist, was heißt, dass sie es offensichtlich, wo immer sie auch gerade ist, dabei haben muss, doch sie erreicht nur die Mailbox. 30 Minuten nachdem Sophia festgestellt hat, dass Tristan nicht in ihrem Zimmer ist, entschließt sich Familie Bailey dann, die Polizei anzurufen, die weitere zehn Minuten später dann auch direkt am Haus ankommt. Die Polizei verschafft sich einen kurzen Überblick über die Lage, beginnt aber dann sofort nach Tristan großflächig zu suchen und nicht nur die Polizei sucht nach ihr, sondern natürlich auch die Familie selbst, aber auch in kürzester Zeit die komplette Nachbarschaft und im Verlauf der nächsten Stunden auch fast ganz St. Jones. Denn ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt, die Baileys sind überall sehr bekannt und in die Community eingebettet. Jeder kennt sie und jeder kennt auch Tristan, weswegen sich ganz bald eine Gruppe von Menschen zusammenfindet, die nach und nach immer mehr werden, die sich aufmachen, nach ihr zu suchen. Wo ist Tristan? Wurde sie entführt? Hatte sie vielleicht einen Unfall? Liegt irgendwo und braucht Hilfe? Oder ist sie freiwillig verschwunden? Tristan war erst 13 Jahre alt, ein Teenager und in diesem Alter ist das Leben eben oft nicht leicht, manchmal auch von starker Unsicherheit oder von einem gewissen Freiheits- oder Unabhängigkeitsdrang geprägt. Die Polizei kann zu diesem Zeitpunkt einfach nicht komplett ausschließen, dass Tristan nicht vielleicht doch freiwillig weggelaufen sein könnte. Doch ihre Familie ist sich sicher und das sagen sie auch den Polizisten vor Ort direkt, dass Tristan nicht einfach weggelaufen sein kann. Dafür gibt es einfach schlichtweg keinen Grund. Sie hatte sich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten nicht verändert. Es gab keine Auffälligkeiten in ihrem Verhalten. Sie war wie immer. Ganz im Gegenteil. Sie hatte sogar Pläne für die Zukunft und freute sich wahnsinnig auf das kommende Frühjahr und auch den Sommer. Und auch Sophia, die natürlich von der Polizei auch noch einmal eingehend befragt wird, sagt, dass Tristan wenige Stunden vorher, als sie sie in ihrem Zimmer hat sitzen sehen, als sie selbst abends nach Hause kam, eigentlich völlig normal gewirkt hat und ihr nichts Besonderes aufgefallen wäre, außer eben, dass sie wohl offensichtlich mit irgendjemandem geskypt hat, den Sophia nicht kannte. Auch wenn die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig ausschließen kann, dass Tristan nicht vielleicht doch freiwillig verschwunden ist, so wird weiterhin akribisch überall nach ihr gesucht. Das St. Jones County Sheriff's Office postet auf ihrer Website bereits eine Stunde nach Tristans Verschwinden einen sogenannten Missing Child Alert, um so viele Menschen wie möglich jetzt darauf aufmerksam zu machen. Darüber hinaus werden auch noch einmal Freunde, Nachbarn und auch Orte, an denen sie sich vielleicht aufhalten könnte, durchsucht und auch das Schulgebäude wird von oben bis unten unter die Lupe genommen. Die Polizei macht sich jetzt auch daran, während überall noch große Suchaktionen nach Tristan laufen, die Videokameras aus der Umgebung zu prüfen, auch von Privathäusern. Vielleicht hat irgendeine Kamera Tristan im Laufe der Nacht oder auch am frühen Morgen aufgezeichnet. Und genau damit hat die Polizei gleich doppelt Erfolg. Zunächst bekommen sie Feedback vom Dering Crossing Nord Facility Center. Wir erinnern uns zurück, das Freizeitzentrum, in dem Tristan mit einigen Freunden und Mitschülern den Freitagnachmittag verbracht hat. Also nur zwei Tage vorher war sie bei diesem Friday Food Truck Festival dort. Die Kameras des Überwachungsvideos des Durban Crossing Nord zeigt um 1.24 Uhr in der Nacht zuvor zwei Personen, die am Haupteingang auf dem Bürgersteig entlang gehen. Eine der beiden Personen sieht aus wie Tristan Bailey und trägt auch die schwarze Short und das weiße Shirt, das sie getragen hat, an dem Abend, als ihre Schwester Sophia sie in ihrem Zimmer hat sitzen sehen. Das ist aber noch nicht alles. Denn inzwischen hat sich überall in der Stadt herumgesprochen, dass Tristan Bailey verschwunden ist. Und so bekommt die Polizei direkt einen Anruf von einem Mann namens Dr. Larry Schönberg. Dr. Schönberg wohnt ganz in der Nähe des Freizeitzentrums. Und eigentlich wollte er mit seiner Überwachungskamera nur seinen Vorgarten und seine Garage sowie seine Haustür überwachen. Doch als er mitbekommen hat, dass Tristan verschwunden ist und dass die Polizei einen Aufruf an alle gestartet hat, ihr Videomaterial zu durchsuchen, da sieht er, dass mit seiner Überwachungskamera 20 Minuten, nachdem die Aufnahme vom Freizeitzentrum gemacht worden ist, auf der Tristan und eine unbekannte Person gesehen worden ist, auch auf seinem Videoband genau wieder diese beiden Personen 20 Minuten später zu sehen sind. Eine davon ist Tristan und ein unbekannter Begleiter, der neben ihr geht. Die beiden gehen direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite von Dr. Larry Schönbergs Haus nebeneinander auf dem Bürgersteig entlang. Und das Band zeigt noch etwas anderes. Und zwar zwei Stunden später. Um 3.27 Uhr sieht man, wie die Person, die offensichtlich die Begleitung von Tristan Bailey war, denselben Weg alleine in die entgegengesetzte Richtung an Dr. Schönbergs Haus wieder vorbei geht. Es dauert nur ungefähr anderthalb Stunden, bis die Polizei herausgefunden hat, um wen es sich bei dem unbekannten Begleiter von Tristan Bailey in dieser Nacht, der auf allen drei Videoaufzeichnungen, die der Polizei jetzt vorliegen, gehandelt hat. Nämlich um einen Jungen namens Aidan Fugee. Der 14-Jährige besucht dieselbe Schule wie Tristan und ist eine Klasse über ihr. Detective Maloney und seine Kollegen fahren noch am Nachmittag des 9. Mai sofort zum Haus von Aidan. Dort stoßen die Beamten zunächst auf seine Mutter, die 35-jährige Crystal Smith, die ihnen die Tür öffnet und ihr Einverständnis gibt, dass die Polizisten ihren Sohn zum Verschwinden von Tristan Bailey befragen. Konfrontiert mit den Aufnahmen der zurückliegenden Nacht, gibt Aidan tatsächlich zu, dass er sich noch mit Tristan getroffen hat. Aidan sagt der Polizei, dass er sich bereits Stunden vorher für diese Nacht mit Tristan verabredet hätte. Und die beiden haben sich dann auch tatsächlich draußen getroffen und wären zunächst einmal ein bisschen in der Gegend herumgelaufen. Und dann hätten sie sich auf dem Weg zum Freizeitzenter gemacht, wo, wir erinnern uns zurück, die Videokamera, die beiden ja auch mitten in der Nacht aufgezeichnet hat, als sie dort vorbeigegangen sind. Doch dann, so erzählt Aidan weiter, hätten sich die beiden auf dem Weg jeweils nach Hause voneinander getrennt. Tristan wäre auf dem Closterbane Drive in Richtung ihres Elternhauses nach Hause gegangen, während er selbst am North Durban Parkway entlang gegangen wäre und dann um circa 3.30 Uhr morgens an seinem Haus angekommen ist. Das wiederum bestätigt sogar die Überwachungskamera der Fugees selbst. Denn auch Aidens Mutter hat ihr Haus mit Kameras überwacht. Und man sieht tatsächlich, dass Aidan um 3.31 Uhr in dieser Nacht sein Haus betritt. Doch trotzdem kann das nicht so gewesen sein, wie Aidan es jetzt der Polizei erzählt hat. Denn die zeitlichen Abläufe und die Zeitstempel auf den Videos, die es zuvor gab, widersprechen Aidens Geschichte zum Teil. Außerdem wird er jetzt auch mit dem zweiten Band aus der Nacht konfrontiert, dass ihn um 3.27 Uhr alleine aus Richtung dem Waldgebiet am Settlestone Drive kommen sieht und somit beweist, dass er auf einem anderen Weg nach Hause gegangen ist, als er nur Minuten zuvor der Polizei noch erzählt hat. Daraufhin ändert Aidan jetzt seine Geschichte. Er sagt, dass es um kurz nach 1.24 Uhr, also unmittelbar nachdem er und Tristan von der Kamera vor Dr. Schönbergs Haus gemeinsam aufgenommen worden sind, es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden gekommen ist. In dessen Folge er Tristan geschubst hätte und sie auf den Kopf gefallen wäre. Doch Aidan könnte sich nicht mehr richtig daran erinnern, was danach gewesen wäre, denn er hätte so viel Marihuana geraucht, dass ihm schwindelig und schlecht gewesen ist, weswegen er nicht mehr genau sagen könnte, was dann passiert sei. Aber er erinnert sich noch gut daran, dass Tristan auf dem Boden lag und sich noch bewegt hat. Er hätte dann Angst bekommen und wäre einfach nach Hause gelaufen und seine Kamera hat ihn ja dann auch noch an seiner Haustür aufgenommen. Was mit Tristan passiert sei, das wisse er nicht. Die Polizei nimmt Aidan Fugee jetzt daraufhin erst einmal fest. Denn trotz intensiver Suche, die weiterhin über den Nachmittag stattfindet, wurde Tristan noch nicht gefunden und Aidan, der offensichtlich der Letzte war, der sie gesehen hat, hat jetzt auch noch zugegeben, dass es einen Streit gegeben hat, in dessen Folge Tristan offensichtlich schwer verletzt worden ist. Außerdem sagt er, dass er nicht wüsste, was danach mit ihr passiert ist und hat sich außerdem in seiner Aussage, die er schon zweimal geändert hat, in Widersprüche verwickelt. Grund genug, ihn jetzt erst einmal in den Streifenwagen zu setzen und ihm auf dem Sheriff Department noch einmal intensiver auf den Zahn zu fühlen. Als Aidan Fugee Minuten später auf dem Rücksitz des Polizeiautos sitzt, entsteht ein Foto, das im Anschluss dann in den ganzen USA Schlagzeilen gemacht hat. Denn Aidan macht in diesem Streifenwagen ein Foto von sich und postet auf Snapchat die Frage, ob denn irgendjemand Tristan gesehen hätte. Dieses Verhalten macht absolut fassungslos, wenn man bedenkt, was als nächstes passiert. Denn nur kurze Zeit nachdem Aidan Fugee von der Polizei verhaftet worden ist, macht sich jetzt eine Gruppe von Freiwilligen mit Unterstützung auch der Polizei daran, das Waldgebiet hinter dem Saddlestone Drive, also genau der Straße, wo in der Nacht zuvor Tristan und Aidan von der Kamera von Dr. Schönberg aufgezeichnet worden sind, genau jetzt dort in diesem Waldgebiet nach ihr zu suchen. Und ein Mann, der sich von der Gruppe so ein ein bisschen abgesondert hat und alleine sucht, findet dann auch unter einem Gestrüpp im Wald ihren toten Körper. Grausam zugerichtet. Polizei, Spurensicherung und Forensik sind nur kurz Zeit später vor Ort. Und es wird noch, bevor Tristans Körper überhaupt in die Gerichtsmedizin überstellt wird, an Ort und Stelle klar, dass sie erstochen worden ist. Weswegen sich die Polizei auch jetzt direkt gleich einmal daran macht, in diesem Waldgebiet, aber auch in dem Gebiet außen drumherum nach der Tatwaffe zu suchen. Aber das ist noch nicht alles. Denn bei Tristan wird auch ihr ausgeschaltenes Mobiltelefon gefunden, was auch noch jetzt in der Nacht von der Computerforensik ausgewertet wird. Am Abend um 19.30 Uhr fährt Crystal Smith, also Aidan Fugees Mutter, gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und leiblichen Vater von Aidan, Jason Fugee, zum Polizeirevier. Sie hat natürlich auch inzwischen mitbekommen, dass Tristan Bailey tot aufgefunden worden ist. Und offensichtlich hat ihr verhafteter Sohn irgendetwas damit zu tun. Als sie am Polizeirevier ankommt, wird ihr auch gestattet und auch ihrem Ex-Mann Jason mit ihrem Sohn zu sprechen. Und als sie dann gemeinsam mit ihm in dem von Kamera überwachten Polizeirevier spricht, da sagt sie Aidan auch, dass man Tristan Bailey gefunden hat. Woraufhin Aidan seine Mutter fragt, ob sie okay wäre. Doch sie ist nicht okay. Sie ist tot. Und genau das sagt Crystal jetzt auch ihrem Sohn. Worauf Aidan sie relativ entspannt ansieht und sagt, warum genau ist das mein Problem? Seine Mutter rät ihm jetzt, sich eine gute Geschichte einfallen zu lassen und auch bei dieser Geschichte zu bleiben. Bei den Ermittlungen in den nächsten Stunden, vor allen Dingen auch nachdem Tristans Mobiltelefon von der Computerforensik ausgewertet wird, ist schnell klar, dass der Anruf, den sie um 0 Uhr 25 bekommen hat, also nur eine halbe Stunde, nachdem ihre Schwester Sophia sie in ihrem Zimmer hat sitzen sehen, von Aidan Fugee kam. Dazu kommen jetzt noch die Überwachungsvideos von dieser Nacht, die zweimal Tristan Bailey und Aidan Fugee gemeinsam zeigen und einmal Aidan dann, wie er alleine wieder zurückgeht. Das Waldgebiet, in dem Baileys Leiche gefunden wurde, liegt exakt in der Richtung, in der beide gemeinsam noch gegangen und von der Kamera aufgezeichnet worden sind. Und auch das Haus von Aidan liegt vom Fundort von Bailey nur 1,4 Kilometer entfernt. Schon einen Tag später durchsucht die Polizei Aidens Elternhaus und findet dort weiteres belastendes Material. So zum Beispiel die Kleidung, die Aidan am Tag von Baileys Verschwinden getragen hat und die man auch auf den Videoaufnahmen ganz genau erkennen kann. Sowohl am T-Shirt von Aidan als auch an seiner Jeans, die er in der Nacht getragen hat und die die Polizei dann in seinem Zimmer findet, wird Blut ausfindig gemacht, dass später im Labor dann eindeutig Tristan Bailey zugeordnet werden kann. Auffällig an dieser Stelle allerdings für die Spurensicherung im Labor ist, dass offensichtlich jemand versucht hat, das Blut aus der Jeans herauszuwaschen. Und als man dann das Haus von Crystal Smith, also von Aidens Mutter, noch einmal genau durchsucht, merkt man auch, dass im Spülbecken der Küche kleinere Blutspritzer sind. Und als das Ganze dann auch nochmal mit Luminol angeschaut wird, also einer Substanz, wo man auch die kleinsten Rückstände von Blut sichtbar machen kann, ist eindeutig, dass jemand in dieser Spüle in der Küche versucht hat, Blut wegzuwaschen. Auch dieses Blut konnte dann wiederum Tristan Bailey zugeordnet werden, was also beweist, dass jemand versucht hat, aus der Jeans das Blut herauszuwaschen. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass dieser jemand Crystal Smith gewesen ist, also Aidens Mutter, und sie hat das dann auch zugegeben. Ich habe bei meiner Recherche zu diesem Fall sehr viel über Aidens Mutter in den Medien gelesen. Es gab unheimlich viele Artikel, wo nur rein über sie und auch über ihr Verhalten nach der Verhaftung ihres Sohnes diskutiert und gesprochen wurde. Vor allen Dingen natürlich auch deswegen, dass sie versucht hat, Beweise und Spuren zu vernichten, um offensichtlich den Verdacht von ihrem Sohn dann abzulenken. Also die Entrüstung über ihr Verhalten war sehr, sehr groß. Ich habe mir bei der Recherche zu diesem Fall natürlich auch darüber Gedanken gemacht über dieses Verhalten und ich habe mich wirklich gefragt, was in diesem Moment dann einfach passiert. Also blendet man das dann als Mutter einfach komplett aus und versucht dann einfach nur, das eigene Kind zu schützen. Vergisst man eigentlich dann, was da passiert ist, dass es ein 13-jähriges totes Mädchen gibt, blendet man das weg und verwischt Spuren, wo man sich erstens selbst strafbar macht und zweitens ja eigentlich nichts damit erreicht. Denn es gab so viele Beweise gegen Aiden Fugy, dass das notdürftige Herauswaschen von Blut seines Opfers aus seiner Jeans jetzt wohl nicht wirklich irgendwas genutzt hätte, was für mich halt auch einfach irgendwie zeigt, dass diese Frau wohl überhaupt nicht mehr wusste, was sie da gerade tat. Also damit möchte ich ihr Verhalten nicht entschuldigen, denn ich verstehe es in keiner Weise. Denn man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ob eine Mutter ihr Kind jemals wieder so sieht wie vorher, wenn sie doch weiß, was er für eine Tat begangen hat. Also ich möchte ihr Verhalten nicht rechtfertigen, aber ich habe dann einfach schon auch für mich selbst so ein bisschen überlegt, ob sie das überhaupt noch realisiert hat und verstanden hat, was da passiert ist und was sie selbst da auch gerade eigentlich anrichtet. Doch verdrängen oder ausblenden hin oder her. Zwei Tage nach dem Mord an Tristan Bailey wird in einem See ganz in der Nähe ihres Fundorts ein Messer mit abgebrochener Spitze, das nachweislich Aiden Fugy gehört und mit dem die Tat begangen worden ist, gefunden. Nur ein weiterer Beweis dafür, dass er es war, der Tristan brutal getötet hat. Und wie brutal diese Tat war, das steht dann auch in der darauf folgenden Woche fest, als Tristan in der Gerichtsmedizin untersucht wird. Die Todesursache von Tristan Bailey, das hatte ich euch ja vorhin schon gesagt, war Tod durch Erstechen. Doch was ich euch nicht gesagt habe und was eben jetzt bei der Autopsie festgestellt wird, ist, dass es 140 Messerstiche waren. 140. Davon konnten 94 Stichverletzungen, sogenannten Abwehrverletzungen zugeordnet werden, die zumeist an ihren Händen, an ihren Armen und auch an ihrem Oberkörper und ihrem Kopf gefunden worden sind. Das heißt mit anderen Worten, dass Tristan Bailey 94 Mal versucht hat, ihren Angreifer abzuwehren. Die Spitze des Messers, das von der Polizei als Tatwaffe identifiziert, Aiden Fugy gehört hat und in diesem See nahe dem Fundort ihrer Leiche gefunden wurde, wird ebenfalls bei der Autopsie gefunden, nämlich in Tristans Kopf. Aufgrund dieser Beweise wird Aiden Fugy noch im Mai 2021 aufgrund seines Alters zunächst einmal wegen Mord zweiten Grades angeklagt. Er ist ja erst 14 Jahre alt, weswegen es zunächst einmal jetzt einem Richter obliegt zu entscheiden, ob die Anklage von Mord zweiten Grades auf Mord ersten Grades hochgestuft wird. Was dann aber gleichzeitig bedeuten würde, dass Aiden in einem zukünftigen Prozess das Erwachsenenstrafrecht droht beim Mord ersten Grades. Was, wie wir wissen, in Florida bedeutet, dass es lebenslange Haft ohne Bewährung geben wird. Denn die Todesstrafe ist, aufgrund dessen, dass Aiden erst 14 ist, ohnehin vom Tisch. Aber ganz genau so wird entschieden. Aufgrund der Schwere dieses Verbrechens wird Aiden Fugy im August 2021 jetzt wegen Mord des ersten Grades angeklagt und kommt in Untersuchungshaft. Kurze Zeit später kündigt sein Anwalt, ein Mann namens Amber Snowber, dann auch gleich seinen Rücktritt an und Aiden wird ab sofort von einer Pflichtverteidigerin, einer Frau namens Leanna Dolores Orta, betreut. Und nach diesem Wechsel der Anwälte gab es dann in den Medien und in der Öffentlichkeit erneut einen großen Aufschrei. Denn ein Pflichtverteidiger steht einem ja nur zu oder wird einem nur zur Verfügung gestellt, wenn man das so sagen kann, in den USA, wenn man sich aufgrund seiner finanziellen Situation einfach keinen Rechtsbeistand leisten kann. Doch Medien haben dann wohl herausgefunden, dass Crystal Smith, also Aidens Mutter, sehr wohl in der Lage dazu gewesen wäre und die finanziellen Mittel auch gehabt hätte, ihrem Sohn einen Anwalt zu besorgen, doch das so ein bisschen zurückgehalten oder vertuscht hätte, dass sie eben diese finanziellen Möglichkeiten sehr wohl gehabt hat, weswegen sich dann natürlich die Öffentlichkeit echauffiert hat darüber, dass der Pflichtverteidiger für einen Mörder wie Aiden Fugy, der so eine grausame Tat begangen hat, jetzt quasi von ihren Steuergeldern bezahlt werden soll. Also das habe ich bei meiner Recherche wirklich auch ganz deutlich nochmal gemerkt, dass das für einen riesen Wirbel nochmal gesorgt hat. Doch das alles spielt für Tristan Bayleys Familie. In den Tagen, Wochen und Monaten, nachdem sie tot aufgefunden worden ist, überhaupt keine Rolle. Nicht nur haben sie erfahren, dass ihre Schwester und ihre Tochter tot ist, sondern man muss sich auch einfach einmal vorstellen, was in dieser Familie vorgegangen sein muss, nachdem sie erfahren haben, wie Tristan umgebracht wurde und wie bitterlich sie um ihr Leben gekämpft hat. In Jacksonville werden nach dem Auffinden von Tristan aber auch noch viele Monate später immer wieder Mahnwachen für sie abgehalten. Und später hält die ganze Familie dann in ihrer Kirche der Celebration Church in St. Jones einen großen Gottesdienst für sie ab. Warum hat Aiden Fugy Tristan Bayley umgebracht? Die beiden kannten sich aus der Schule und lebten im Prinzip schon ihr ganzes Leben in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Sie waren wohl auch befreundet, wenn auch nicht sehr gut. In den Tagen nach Aiden Fugys Verhaftung wurden natürlich vor allen Dingen auch seine Freunde und seine Mitschüler von der Polizei eingehend befragt. Und es stellte sich schnell heraus, dass Aiden wohl schon Monate vor dem Mord an Tristan immer wieder gesagt hat, dass er gerne einmal jemanden umbringen wollen würde. Dass es ihm auch völlig egal sei, wer das ist. Er hat einmal gegenüber einem Freund erwähnt, dass er sich auch vorstellen könnte, irgendjemand wildfremden von der Straße zu entführen, in den Wald zu bringen und ihn dann dort umzubringen. Ein Jahr vor der Tat hat Aiden gegenüber seiner Cousine erwähnt, dass er irgendwann einmal im Gefängnis landen werde, wegen etwas sehr Großem und Spektakulären, was er durchziehen würde. Und er sagte auch zu den verschiedensten Menschen in seiner Umgebung immer wieder, dass er Stimmen in seinem Kopf hören würde. Stimmen, die ihn sehr wütend machen würden, denn sie würden sagen, dass er nutzlos sei und dass er eine große Enttäuschung für alle ist. Als Aiden Fugy die Tat begangen hat, hatte er wohl offensichtlich auch eine Freundin. Und die 14-Jährige wird von der Polizei dann ausfindig gemacht nach seiner Verhaftung und ebenfalls befragt. Und auch sie berichtet der Polizei verstörende Dinge. So zum Beispiel sagt auch sie, dass Aiden immer wieder von Dämonen berichtet hat, die ihm irgendwelche Dinge einflüstern würden, die er tun soll. Dass er eben Stimmen hört, die ihn, wie es auch schon andere Zeugen berichtet haben, sehr wütend machen würden. Und sie hat auch erwähnt, dass Aiden zwei Messer besessen hat. Eines davon war die Tatwaffe und er hatte aber auch noch ein zweites Messer, für die er auch Namen hatte, nämlich Picker und Pocker. Auf die Frage der Polizei hin, nicht nur an Aidens Freundin, sondern auch an alle anderen, die jetzt mit diesen Aussagen herauskommen. Warum denn bitte in Gottes Namen niemand vorher irgendetwas gesagt hat? Warum niemand zur Polizei gegangen ist oder zumindest von seinen Mitschülern mal mit seinen Eltern gesprochen hat oder vielleicht auch ein Lehrer auf diese verstörenden Aussagen hingewiesen hat, kam von allen die Antwort, wir haben es nicht ernst genommen. Ja, Aiden war ein bisschen verrückt, aber es konnte ja keiner ahnen. Ja, wir hatten Angst vor ihm. Wir wollten nicht ihn quasi verpetzen, um dann seine Wut auf uns zu ziehen. Wer ist Aiden Fugee eigentlich? Und was ist in seinem jungen Leben eigentlich passiert, dass es dazu gekommen ist? Eine unheimlich schwierige Frage, die sich auch in aller Kürze hier und auch mit dem, was inzwischen an Informationen über ihn zur Verfügung steht, auf jeden Fall nicht beantworten lässt. Trotzdem gibt es einiges, was wir wissen. So zum Beispiel, dass Aiden nach der Scheidung seiner Eltern und nachdem sein Vater ausgezogen ist, bei seiner Mutter Crystal Smith aufwuchs. Über das Verhältnis zu seiner Mutter ist nicht sehr viel bekannt. Allerdings wurde sein leiblicher Vater, von dem sich seine Mutter ja dann auch getrennt hat, wohl irgendwann einmal wegen Kindesmisshandlung festgenommen. Und er hat auch eine Anzeige, weil er nach der Trennung von Crystal Smith eine Beziehung zu einer 15-Jährigen gehabt haben soll. Wie ich euch ja vorhin schon gesagt habe, hat die Polizei nach der Verhaftung von Aiden und auch nachdem man Tristan dann gefunden hat, sein Haus beziehungsweise eben vor allen Dingen auch sein Zimmer akribisch durchsucht. Und dort hat man ja dann eben auch die Kleidung gefunden, die er in der Nacht getragen hat und an der Tristans Blut war. Doch das war noch nicht alles, was die Polizei im Haus von Aiden Fugee gefunden hat. Allerdings gab es die Information, was die Polizei dort fand, erst vor ungefähr zwei Monaten. Also Ende Oktober 2021 kam das erst dann in die Medien. Nämlich hat man in Aidens Zimmer Dinge gefunden, die zumindest für die Staatsanwaltschaft und auch für die Polizei eine klare Sprache sprechen. So zum Beispiel einige Pentagramme und auch Zeichnungen von Aiden, die ganz klar darauf hindeuten, dass er sich in der Vergangenheit wohl sehr viel mit Satanismus beschäftigt hat. Auf einem Videoband, das einige Monate nach seiner Verhaftung im Gefängnis von ihm aufgezeichnet wird, spricht Aiden Fugee mit sich selbst. Er wirkt völlig verwirrt und desorientiert und sieht sich überall im ganzen Raum um. Er flüstert, dass Dämonen seine Seele gestohlen hätten und dass er nicht weiß, was zum Teufel er hier eigentlich macht und wo er denn eigentlich ist. Ende Oktober 2021 betritt er dann auch zum ersten Mal in seinem Leben einen Gerichtssaal. Bei dieser Anhörung soll festgestellt werden, wann jetzt der Prozess wegen Mord des ersten Grades gegen Aiden geführt werden soll. Ich habe mir diese Anhörung, zumindest das, was online verfügbar war, angesehen und Aiden wirkt nach wie vor verwirrt, als er da mit seiner Maske, mit inzwischen rasierten Kopf und Handschellen an Händen und Füßen in diesen Gerichtssaal hereingeführt wird. Als ihn der Richter fragt, worauf er plädiert, flüstert er nicht schuldig, jedoch sagt er sonst kein Wort und zieht sich permanent hinter seiner Maske überall in diesem Gerichtssaal um. Ich habe auch in einem Artikel gelesen, dass es wohl im Vorfeld zu dieser Anhörung zu einem Gespräch zwischen Aiden und seinem Anwalt gab, wo Aiden dann wieder mit Dämonen angefangen hat und gesagt hat, dass auch in diesem Gerichtssaal nur Dämonen sitzen würden. Die Anhörung, ich hatte es euch ja gerade schon gesagt, hatte vor allen Dingen den Sinn abzuklären, wann der Prozess jetzt beginnen soll. Man konnte sich jetzt noch nicht auf ein ganz genaues Datum einigen. Allerdings, auch wenn die Staatsanwaltschaft, so habe ich gelesen, sich wohl einen früheren Termin gewünscht hätte, so hat die Verteidigung noch um ein wenig Aufschub gebeten, weswegen jetzt laut meinen Informationen der Prozess gegen Aiden Fugee im Oktober nächsten Jahres, also 2022, beginnen wird. Aufgrund der massenhaften Beweise, die es schon kurz nach dem Auffinden von Tristan Bailey gegen Aiden Fugee gegeben hat, zweifle ich und auch sonst niemand, dem ich so bei meiner Recherche zu diesem Fall jetzt begegnet bin, daran, dass er derjenige war, der sie ermordet hat. Also daran gibt es für mich überhaupt gar kein Zweifel. Und trotzdem kann ich mir, die ja, wie ihr wisst, leidenschaftlich gerne Gerichtsprozesse in ihrer vollen Länge anschaut, schon sehr gut vorstellen, welche Strategie die Verteidigung in diesem Prozess führen wird. Ich vermute nämlich stark, dass wir in diesem kommenden Prozess im Oktober 2022 noch Dinge erfahren werden, die wir bisher noch gar nicht wissen. Und dass der eine oder andere Experte dann im Zeugenstand sitzen wird, der vor allen Dingen auch über den psychischen Zustand von Aiden Fugee während der Tat und vielleicht sogar auch im nächsten Jahr, wenn der Prozess beginnt, aussagen wird. Aber, und das ist auch der Grund, warum ich mir Gerichtsprozesse am liebsten immer in voller Länge anschaue und warum ich auch ganz besonders gespannt auf diesen Prozess im nächsten Jahr bin. Es werden mit Sicherheit unheimlich viele Details, die bisher der Öffentlichkeit nicht bekannt gewesen sind, in diesen Prozess zum Vorschein kommen. Und da stellen sich für mich wirklich sehr viele Fragen. Obwohl es viel gibt, was man zu diesem Fall recherchieren kann, geht nichts über einen Gerichtsprozess. Vor allen Dingen interessiert mich natürlich auch nochmal in diesem Zusammenhang, wie es überhaupt zu dem Treffen zwischen Aiden und Tristan gekommen ist. Wie genau das Verhältnis vor allem in den Tagen und Wochen vor der Tat zwischen den beiden war. Gab es vielleicht irgendeine Auseinandersetzung im Vorfeld? Oder haben sich die beiden wirklich spontan bei ihrem abendlichen Skypen dazu entschlossen, sich noch zu treffen? Hatte Aiden die Tat genau schon vorher geplant, wovon man ausgehen kann, wenn man überlegt, dass er ja die Tatwaffe schon mit dabei gehabt hat. Und dass er offensichtlich ja schon vorher vielen Leuten angekündigt hat, dass er so eine Tat begehen will. Aber Tristans Art war es eigentlich nicht. Und das haben auch ihre Familie und ihre Freunde und auch ihre Geschwister im Nachhinein gesagt, einfach mal so mitten in der Nacht aus dem Haus hinaus zu spazieren. Gab es vielleicht eine Drohung von Aiden, die Tristan dazu gebracht hat, sich mitten in der Nacht noch mit ihm zu treffen? Oder hat sie einfach die Gelegenheit genutzt, da sie wusste, dass ihre Eltern nicht zu Hause waren, einfach in dieser Nacht noch ein bisschen rauszugehen? Was genau steckte hinter diesem Treffen und wie kam es zustande? Vor allen Dingen aber bin ich innerhalb dieses Prozesses auch nochmal auf eine genaue Timeline zu diesen Verbrechen gespannt. Ja, man kann jetzt natürlich schon viel darüber recherchieren. Allerdings wird in einem Prozess das nochmal minutiös aufgearbeitet und beschrieben. Und ich bin auch sehr gespannt, wie gesagt, auf die Taktik der Verteidigung. Ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung es gehen könnte. Aber jetzt ein Jahr vor Prozessbeginn, da kann man sich alles Mögliche überlegen. Am Ende kommt es vielleicht dann doch ganz anders. Außerdem gehe ich mal davon aus, dass wir auch sehr viel noch über Aiden Fugy, über den Täter erfahren werden, über seine Vergangenheit. Und ich denke, dass es dann auch innerhalb dieses Gerichtsprozesses sehr viel geben wird, was wir vor allen Dingen wieder über den psychischen Zustand dieses Jungen hören werden. Sowohl von der Verteidigung als aber auch von den Experten, die da so glaube ich ganz fest aussagen werden. Außerdem bin ich am Ende auch gespannt über das Strafmaß. Lebenslang ohne die Chance auf Bewährung. Das zumindest wäre für Tristan Baileys Familie Gerechtigkeit. So haben sie zumindest gesagt. Im Prinzip müssen wir aber einfach abwarten. Und genau das werde ich auch machen. Ich bin mir sehr sicher, dass Core TV, also der Sender, wo ich immer meine Gerichtsprozesse schaue, auch den Prozess gegen Aiden Fugy in voller Länge zeigen wird. Falls das nicht der Fall ist, denke ich, dass wir auf jeden Fall viele Ausschnitte bekommen werden. Und ich werde mir diese oder eben den kompletten Prozess auch im nächsten Jahr definitiv ansehen. Und dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr dann auch zu diesem Gerichtsprozess und zu diesem Fall auf diesem Kanal noch einmal ein Update-Video bekommt. Doch auch wenn der Prozess gegen Aiden Fugy vielleicht sogar schon Ende nächsten Jahres beendet sein könnte, für die Familie von Tristan Bailey wird damit nichts beendet sein. Denn der Schock und die Trauer über den Verlust ihrer geliebten Tochter und Schwester wird sie ihr restliches Leben lang begleiten. Und auch das nach Aiden Fugys Verhaftung und auch noch viele Monate später, auch noch als er wegen Mordes ersten Grades angeklagt worden ist, der Hashtag Free Aiden und jede Menge Hetze, Hass und Häme gegen Tristan und ihre Familie im Netz breit gemacht hat, hat ihnen wahrscheinlich nicht bei der Trauerbewältigung geholfen. Ja, ihr habt tatsächlich richtig verstanden. Ein nicht unerheblicher Teil von Menschen in den sozialen Medien war nicht mal unbedingt so sehr entsetzt darüber, was der Hashtag Free Aiden ja wohl ganz klar aussagt, dass Aiden dieses Verbrechen an Tristan begangen hat, sondern man war doch eher damit beschäftigt, sich darüber aufzuregen, wie man sich als 13-Jährige denn überhaupt so anziehen kann. Da wäre es ja auch nicht weiter verwunderlich, dass dann am Ende das passiert ist, was passiert ist. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, diesen abartig widerwärtigen und überschaubar intelligenten Kommentaren, die da zu Tristan und zu ihrer Familie im Nachhinein gemacht worden sind, in meinem Videoraum zu geben. Es gab dann danach auch viele, die gesagt haben, ja, das sind eben diese TikTok-Kinder, die es einfach nicht besser wissen. An dieser Stelle muss ich aber sagen, dass lass ich persönlich, ich spreche nur ganz persönlich von mir, jetzt hier nicht als Ausrede gelten, dass man ein Opfer eines so schweren Verbrechens nach seinem Tod mit Hass und Häme überzieht und dass man die Familie, die in Trauer ist und den Schock über den Verlust ihres Kindes mit so etwas konfrontiert. Und im Übrigen habe ich auch Kommentare gelesen, die eindeutig, zumindest jetzt interpretiere ich das so, nicht unbedingt vom einen oder anderen verwirrten TikTok-Kind in die Öffentlichkeit gestellt worden sind, sondern wo es durchaus, zumindest klingt das so, Erwachsene waren, die dann geschrieben haben, dass man doch vielleicht ein bisschen mehr drauf hätte schauen sollen, wie sich die 13-Jährige so kleidet und wie sie sich so verhält, anstatt dass man dann einfach zulässt, dass sie mitten in der Nacht das Haus verlässt. Also solche Dinge habe ich wirklich massenhaft gelesen und ich möchte darauf auch nicht weiter eingehen, weil ich in diesem Video solchen Dingen nicht mehr Raum bieten möchte. Es war mir auf jeden Fall wichtig, es hier zu erwähnen, dass es diesen Hashtag FreeAiden gegeben hat und dass die Familie eben sich zusätzlich zu ihrem unfassbaren Verlust noch diesen Wahnsinn aussetzen musste, den ich absolut verachtenswert finde. Aber die Familie von Tristan Bailey hat auch wahnsinnig viel Unterstützung bekommen und dafür, das haben sie dann auch im Anschluss immer wieder gesagt, waren sie wahnsinnig dankbar. Schon kurz nachdem Tristan verschwunden ist, haben so gut wie alle nach ihr gesucht. Und auch nachdem man sie gefunden hat, standen andere Verwandte, Freunde, die Community und auch die Kirche, die ganze Gemeinde St. Jones hinter dieser Familie und hat sie mit allem, was möglich war, unterstützt. Auf einer Mahnwache zu Tristan, die viele Monate nach ihrem Tod abgehalten worden ist, hat ihre Schwester Brittany gesagt, dass sie zwar jetzt nur noch zu sechst sind, aber dass sie immer die Bailey Seven bleiben werden. Sie haben immer zusammengehalten und ich persönlich bin mir sehr sicher, dass wir dann im nächsten Jahr die ganze Familie Bailey geschlossen in dem Prozess gegen Aiden Fuji in diesem Gerichtssaal sitzen sehen werden, wo sie dann wirklich auf Gerechtigkeit hoffen können. Dieser Fall ist nicht nur schockierend und unfassbar, wenn man sich überlegt, wie diese Tat begangen worden ist, sondern auch, wenn man darüber nachdenkt, von wem sie begangen wurde. Und man kommt halt auch nicht drum herum, immer wieder darüber nachzugrübeln, dass Aiden Fuji erst 14 Jahre alt war. Ja, meine Lieben, einmal tief durchatmen. Ich weiß, dieser Fall war sehr lang und auch sehr extrem und hat wahrscheinlich dem einen oder anderen Bilder vor Augen geführt, die man lieber nicht gehabt hätte. Aber dieser Fall ist nun einmal passiert und ich fand ihn sehr, sehr wichtig, weswegen ich mich auch schon vor einigen Monaten dazu entschieden habe, ihn zumindest jetzt mal im ersten Teil auf meinem Kanal zu machen. Aber wie immer interessiert mich natürlich auch eure Meinung und Einschätzung dazu. Was haltet ihr von diesem ganzen Fall und was denkt ihr, wird nächstes Jahr vor Gericht passieren. Ich freue mich natürlich wie immer auf eure Ausführungen, eure Meinung und euer Feedback zum Video und in allererster Linie natürlich auch zum heutigen Fall. Damit verabschiede ich mich von euch, meine Lieben, wünsche euch jetzt noch einen restlichen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!